Steffi, dann fangen wir gleich mal an. Pass auf, Wand läuft jetzt, ja? Achtung und bitte. Nee, das war zu spät. Du musst auf eins rein, ja? Und Achtung, läuft, bitte. Wann schlafen Fische und was ist Methan? Wer macht am Abend die Straßenlampen an? Wo geht die Sonne auf und wo geht sie unter? Warum sind Motten braun und Schmetterlinge bunter? Warum wird man müde und woher kommen die Träume? Wie kommen die ganzen Äpfel an, die Apfelbäume? Wie heiß ist Lava? Wie viele Körner hat der Sand am Strand? Wie viele Knochen hat dein Rochen? Und wie viele meine Hand? Der Fra wird abgesetzt, ne? Pass mal auf, Steffi, wenn ihr einen unterbricht, dann bin ich das, ja? Du kannst dich einfach abbrechen, das geht nicht. Wie soll ich denn das schneiden? Du konntest nicht wissen, ja? Pass auf. Mach nochmal, wir fangen vorne an und bitte mach mal weniger, ja? Wer war es halt? Achtung, läuft und bitte. Wann schlafen Fische und was ist Methan? Wer macht am Abend die Straßenlampen an? Gut, gut, mach da weiter, sehr gut, sehr gut. Du sollst doch nicht aufhören, Mann! Meine Güte! Ich bin jetzt rausgekommen. Steffi! Jetzt leg da mal, leg da mal mehr Sex rein, ja? Ist okay und leg mal mehr Sex rein. Achtung, Band läuft! Wann schlafen Fische und was ist Methan? Wer macht am Abend die Straßenlampen an? Wo geht die Sonne auf und wo geht sie unter? Warum sind Motten braun und Schmetterlinge bunter? Warum wird man müde und woher kommen Träume? Wie kommen die ganzen Äpfel an? Für den Grupp! Wie heißes Lava, wie viel Körner hat der Sand am Strand? Wie viel Kochen hat ein Rochen? Bildung ist toll, Bildung ist voll geil! Das machst du ganz toll! Ich hab gestoppt, die hört dich nicht, wenn du nicht hier drauf drückst. Du, Steffi, das machst du ganz süß. Aber du musst an das Publikum denken, an die Leute auf der Straße, die müssen da abgerollt werden, wo sie stehen. Genau, und deswegen denk ich halt, es macht... Ja, Steffi, du musst einfach an dich glauben, ja? Pass auf, ich mach zurück. Es weiß, es fällt dir schwer, ist aber, muss sein, ja? Und pass auf, mach noch mehr Sex. Mach mal noch mehr Sex, trau dich! Achtung, läuft! Wann schlafen Fische und was ist Methan? Wer macht am Abend die Straßenlampen an? Wo geht die Sonne auf und wo geht sie unter? Warum sind Motten braun, Schmetterlinge bunter? Warum wird man müde und woher kommen die Träume? Hat sie auch alles unterschrieben? Natürlich! Ich unterbrech jetzt nochmal. Nein, das geht nicht! Ach Mann! Ja, was ist denn? Wenn ich sing, woher kommen die Träume und ich stöhne dabei, kommt das Ganze vielleicht ein bisschen zweideutig? Überhaupt nicht, Steffi! Überhaupt nicht, wirklich! Und Bildung ist geil, voll steil? Lass uns jetzt nicht über den Text diskutieren, ja? Nee, komm, mach jetzt, pass auf! Superteil sag ich nicht. Steffi! Superteil ist kein deutsches, sag ich nicht. Sag mal, was macht denn der jetzt? Was soll denn der Scheiß? Tiefenbeule. Was macht denn der jetzt bei der? Weißt du, ich wollte... Wo hast du jetzt rumgespielt, Armut? Ja, ich hab auch... Nein, lass bitte die Finger... Nee, hör bitte auf jetzt! Oh Mann, ey! Nee! Können wir den nicht mal hören? Nee, können wir nicht, weil er nicht am Mikro steht. Jetzt kommt er wieder. So, toll, wenn ihr ja zu Ende diskutiert habt, dann können wir ja loslegen, ja? Ja, ich bin bereit. Ja. So, Achtung, läuft jetzt und bitte... Wann schlafen Fische und was ist Methan? Wer macht am Abend die Straßenlampen an? Wo geht die Sonne auf und wo geht sie unter? Warum sind Motten braun und Schmetterlinge bunter? Warum wird man müde und woher kommen die Träume? Wie kommen die ganzen Äpfel an die Apfelbäume? Wie heißt es dann? So, Achtung... Wie kommt ein welchen Schmacht? Was ist in der Stadt?